dann würde es so auskommen wenn ich nicht so fein wäre und das machen würde ach so ich dachte jetzt das wäre wir dahin teleportiert wurde ach so das kann ich weg machen okay wo mache ich das denn hin hierhin nee da hin erstmal würde ich mal sagen okay und jetzt hierhin doch dahin nein was zur hölle was geht denn ab ach du kacke knapp war das denn bitte nee ich will das eigentlich so so ich trottel hohohoho speed speed aller so das war nicht so schwer okay da fällt es runter und fällt es da rein das ist unser ziel soll so weit ja nicht geht also man muss doch einfach mal dahin Prozent wohl wo leiden die bitte alle hin steht es hier irgendwo auch vielleicht ne schuldig ja ich weiß brauche ich das ich so mit dem das ging zu schnell für meine augen tut mir leid okay advanced challenges nee oder ja tolles modul tolles modul dass es jetzt schwerer wird das genauso als würde ich mir irgendein upgrade kaufen oder um irgendwie stark das macht das das game jetzt schwieriger ist es gibt keinen Sinn mein Gott naja wenigstens gibt es keine module mehr hoffe ich ach du kacke höh höh wo ist unser Ball da ist er dann würde ich sagen machen erstmal dahin dann geht er da rein ich mache einfach mal irgendwas kann es sein dass gerade irgendwie Mond ist nee nicht Mond äh Dingens klar irgendwas seltsames hat jemand seltsames angestellt mit jemandem das grüßt hier ist ach du kacke was zum ach ne wieso muss es beim verfickten letzten scheißteils dacken verficktes hohen so vor allem verficktes ne naja hey geht doch okay es gibt anscheinend auch ein Zeichen mit in jedem Level oder es gibt jetzt nur ein Zeichen und wollen jetzt die für so tschönen gestern mann die auch kein Wien mit dem Verlust auf der Gitarre nichts ja ich weiß das ist schon klar aber wenn er mit meinen Reise gibt was ich man muss in jedem der will dann ist eigentlich ganz nützlich schlug okay um und geht es da lang uhr uhr okay jetzt einfach mal da noch nicht was die gravity nicht und hier hat im Kostrum steht er nicht wirklich oder wo man macht wieso habe ich jetzt so viele Kostrums was zum Teufel höhe so ist so viele Kostrums Prozent muss man nicht kapieren egal ich kann auch die bringen also mir bringen wir nichts weil zu schlecht ach okay das ist die gravity äh was jetzt höh der Ball hängt ja fest höh was zum Teufel what the fucking höh öh okay muss ich nicht kapieren ne ich wollte jetzt eigentlich dass er zurückgeht ähm zurückgehen und dann da rein oh das war jetzt nicht so mein Ziel aber egal höh 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 okay Zeit die Zeit ist ein Element das sehr nützlich ist und sehr toll ich mag es muss ich denn das jetzt setzen so kann ich mir jetzt nicht vorstellen dass es jetzt so besser läuft ne hey kann es nur einmal durch ein Wurmloch oder was höh ich habe jeder Level nicht Moment ich probiere mal was geht das jetzt auch nicht jetzt geht es t what the hell ach so ein Knopfdruck von X reicht übrigens damit es wieder an den Start zurückkommt ich muss es nicht halten und ich kann das glaube ich unendlich mal machen das ist ziemlich nett gut Gott dann kann ich jetzt eigentlich praktisch wieder von neu anfangen sehr nützlich go back intime ha intime lol so jetzt geht er bitte durch hey also hey ich kapier das gelb nicht warum wird mein Kürzer jetzt gestört warum ist das ein anderer als zuvor unlogisches game ich glaube das liegt daran weil das irgendwie komisch positioniert ist oder so keine ahnung das liegt nicht an dem teil da das ist aha sag ich doch so ist jetzt auf jeden fall richtig passiert post ziert ne falsches wort positioniert so jetzt haben wir eh oh mein gott was ne kacke was dauert noch ein bisschen Leute ach alter ist jetzt nicht dein Ernst was soll das alter ich krieg's nicht hin was zum Geier ist los hä wie soll das bitte gehen das geht nicht hä ach wie ist er was ich mach da jetzt als erstes selbst als erstes geht's nicht super ganz toll das hilft nix das hilft auch nix würde ich mal sagen nix wirklich gutes ja stimmt der verstellt die ja wieder oh ich bin so doof klar der verstellt die doch wieder also hammert doch mein liebes teil du bist ein sehr netter pc das war natürlich nicht ernst gemeint wieder noch das ist unmöglich wie gott sei nein ah gott ich sag jetzt schon nicht mehr wieder nein der pc tut mir gefallen dass ich nicht bin das war ein netter pc man macht jetzt mal ein bisschen schneller ok oh gott was ist jedes Mal fest hey hey was sagt oh geht doch ich wollte grad x rücken beziehungsweise ich hab schon x rüber war schon zu spät beziehungsweise zu spät ja eigentlich falscher ausdruck das ist ja gut dass es zu spät war naja ah ich würde mal sagen so oder ja super das war nicht mein ziel ne ne bestimmt nicht so jetzt das dahin und hier ne 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 hat man zu wenig schwung das geht nicht das geht somit auch nicht mehr wow 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 wieso man da hinkommen wieso man da hinkommen das geht nicht wo 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 immerhin geile Effekte respektive hä wie soll das gehen der stelle zu viel marioana geraucht zum geiler what the hell okay ich stecke bei diesem level fest sagt mir wie dieses level geht ich habe keine ahnung